Ok Hier scheint niemand mehr zu sein Das ist unsere Chance Beseitige sie Verteidige deine Position Ach Nö Bitte nicht Einmal ne Stolpermine anbringen Und hier ne Landmine Hier noch Muni Komm schon tankt die Scheisse auf Wieso zum Teufel? Dann Dann Bäm Tschüss gute Nacht Ihr hättet euch nicht mit mir anlegen sollen Ist die verdammte Rakete bald mal aufgetankt Ok Es wäre wirklich schön wenn diese kacken Rakete bald aufgetankt wäre Aber wahrscheinlich muss ich auch zuerst wieder die ganzen Idioten hier töten Oh Habe ich beide Habe ich beide Nö Wenn die unbedingt wollen. Bam. Tschüss. Lass seine Nerven fallen. Oh, der hatte gar keine in der Hand. Verdammte Scheiße. Wie lange geht es denn, eine solche Rakete aufzutanken? Das kann doch nicht wahr sein. Bäm. Mann, Mann, Mann. Der muss auch noch dran glauben. Bäm. Viele können ja nicht mehr hier sein. Die vollgetankte V2-Rakete. Oh, oh. Zu spät. Bäm. Nein. Verdammt. Bäm. 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 gleich alles in die Luft. Jo. Alles brennt nieder. 17.000 Punkte gefürchteter Scharfschütze. Die Zeit, Wolf zu stoppen, bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Uh, ja, dann halten wir ihn auf. Hier, wo alles begonnen hat, am Brandenburger Tor. Puh! 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 Ah! Das ist ein Pissverständnis! Ich habe damit nichts zu tun! Ich bin ein Freund! Ich bin ein Freund! Not Feind! Okay, Reisen, Leifer Nummer 1 ist weg. Nein! Kacke! 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 Bäm! Okay! Sucht mal schön nach mir! Mit freundlichen Grüßen, euer Sniperfreund! Okay, lad das Gewehr 3 und fährt sich nach! Fertig! Wohin! 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 Fertig! Wohin! 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 Okay... Überstarrt, du! Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein, ja. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein, ja. Fuck. Okay. Okay, wenn ihr da alle so rumsteht und ein bisschen rumgafft, dann müsst ihr nicht wundern, wenn ihr leichtes Futter abgibt für Sniper. Okay. Dann hier hoch. Okay. Ben! Das war mal ein Panzer. Okay. Will sonst noch jemand etwas auf die Nuss? Bäm! Du kriegst noch eine Kugel! Voll durch den Kopf! Das war ein Sever. Jwhel wohl vom Neettensten!